Hallo! Willkommen zurück bei Let's Play Battlefield 4 Multiplayer. Nahtloser Übergang quasi. Nahtloser Übergang, genau. Wir sind immer noch hier in dem Panzer, leben wahrscheinlich nur noch 3 Sekunden oder so, wie wir uns kennen. Was heißt immer noch? Wir sind gerade aus dem Ding gespawnt. Genau. Wir haben einen Tag lang gewartet. Ne, wir haben jetzt einen Tag lang auf dem Surfer in dem Panzer gewartet. Und ich hab noch nicht geschaut, ob ich ein Umfeldscan drin hab oder nicht. Hm. Oh, da ist eine Heli runtergefallen. Ich versuch's wieder mal Richtung A. Haben wir dann nicht eben schon... Ja, da hat uns ja der Panzer angegriffen gehabt. Oh. Er da? Ja. Komm, ich hab dir noch eine extra mitgegeben, ja? Er ist zerstört. Warte mal ganz kurz, wir mal kurz nachladen. So, okay. Ähm, soll ich noch reparieren? Ja, reparier mal. Ja, reparier mal. Pass auf, bevor da einer jetzt hier in den Panzer einsteigt. So. Ja, super. Ein paar halt kurz stehen, muss er aussteigen. Raus, raus, rein, rein, rein. So, weiter. Wie gesagt, ich versuche auszusteigen und meine Rakete mit drauf zu schießen, ne? Hm, ja, das hat wunderbar funktioniert jetzt. Heli, links von dir. Ja, shit. Tot. Jep. Uh, 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 ja. Squad, Beifahrer, Hilfe, alles Mögliche. Gut, wir müssen jetzt schauen, dass wir noch... Ah, noch ein bisschen erobern. Ich hab grad Thermal bekommen. Gut. Gut. Du schaust davon, ich schau nach hinten. Ja. Noch sieht's gut aus. Da ist nix. Ja. Na komm, er over, das ist mal ein bisschen schneller hier. Schneller, schneller, oma schießt mit Teller, oma schießt mit Brot und du bist? Da unten habe ich die Flugabwehr im, äh, Auge. Oh, tut das nicht weh? Siehst du unten die rote Markierung? Ja, aber das nützt mir doch nix. Ja. Ich wollt's dir nochmal zeigen. Dann versuchen wir jetzt mal den platt zu machen. Okay. Also wie gesagt, äh, es wär cool, wenn du ne, äh, äh, Rechtskurve fahren kannst, weil dann kann ich geschützt aussteigen. Also du steigst rechts aus. Warte mal ganz kurz. Oh, pass auf, da unten ist einer. Jaja, ich hab schon gesehen. Fahrzeug getroffen, geh hin, mach's platt. Gut, den hab ich gekillt. Ja, schön. Das war übrigens der, den wir jahren wollten. Kannst du mal reparieren? Achso. So. Es gibt ja mal richtig Punkte, wir sind beide auf Platz zwei und drei. Oh, dann weiter. Okay, wir sind ja auch nicht viele Leute. So, wir versuchen wieder Richtung B. Ich fahr, du schaust dich ein wenig um, ne? Na klar, ich fast tu mein Bestes. Ich nehme an, von hinten ist jetzt die Chance nicht ganz so groß gerade. Oder irgendwas hat uns da gerade angeschlossen. Ja, links ist der Hubschrauber. Ja, rechts. Alter, Hubschrauber, ne? Ja. Boah, Alter. Hast'n gekillt, hä? Jep. Gut, kannst du reparieren? Ich hoffe, das bist du, was ich gerade gesehen habe. Ja, ich versuche, ein bisschen hier entdecken zu gehen. Kanister-Munition gekriegt. Vor allem macht das dein Ding gut weiter. Ja, ich könnte jetzt auch mal von, du, Frau Ruth, da hinten ist gerade einer gelandet, ne? Wo? Richtung, wo wir hergekommen sind, glaube ich. Richtung Turmröhre. Da. Der ist auch gar nicht mehr zu sehen. Ne, ich versuche auch gerade über Q hier die ganze Zeit zu markieren, aber... Der hinten liegt Dinger. Also quasi Richtung C grob. Ja, ich... Der kam nämlich von da hinten. Gut. Ich denke, dass wir gleich noch mehr herkommen. Ja, ich habe ausgefühlt, dass hier gerade ein bisschen Action wird. Ich fahre mal weiter, wir können nicht immer an einer Stelle bleiben, aber jetzt sind die Dinger wieder unten. Was war das? Wird doch gerade irgendwas geschossen. Mhm. Na gut, ich kann die aufmachen, wenn es wäre, aber... Nee, das machen wir jetzt mal nicht, weil da oben sind auch nur Jets und Hubschrauber unterwegs wahrscheinlich. Panzer? Da, Panzer. Wo? Ich sehe nicht. Ich habe nur mal kiert. Ich habe nur einen feindlichen Panzerjäger, genau westlich von dir gesichtet. Aber es war trotzdem mal ein guter Lauf. So. Was haben wir jetzt? Machen wir mal Fußvolk. Aber ich muss mal ein bisschen was Richtung Panzer nehmen anstatt Richtung. Ich bin gerade ein bisschen... Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich spawn bei dir. Ja, ja, mach ruhig. Warte mal, du bist krank. Ich mache mal hier Medi. Na, Munition wäre sinnvoller. Ja, aber du bist auch nicht mal sehr gesund. Ja, das... Die... Die Gesundheit... Die wird sich automatisch aufbinden. Alter, ich habe die falsche Klasse. Scheiße. Ja, du bist Medi. Hast du gesehen? Ja. Der Heli... Der Jet gerade voll hier abgestürzt. Ich habe die falsche Klasse. Das ist scheiße. Ja, du bist Medi, ne? Ich habe... Ich wechsle noch die Waffe für... Da kommen mal Leute von uns an. Ah, shit. Ich habe den im Heli noch. Der drin ist jetzt getroffen. Aber der ist nicht... Ich habe ihn auch mal getroffen. Das hat nicht gereicht. Mhm. So, jetzt mache ich mal eine andere Klasse. Äh, Panzer. Ich, ich gehe in den Panzer, ja. Gut. Alter. Oh Mann, direkt hinter uns stand ein Feindlich und hat gewartet, dass er das NAD einsetzt. Das kann doch nicht angehen, ey. Ich habe das Gefühl, du legst gerade ein bisschen C4 dran, ne? Nee. Ich habe das Gefühl, du bist tot. Der hat mich gerade mit dem Defibrillator gekillt. So. Aber ich habe den Panzer fast zerstört. Hm, jetzt überlege ich gerade, wo wir hingehen. Ähm. Es sind keine Jets in der Luft. Ich probiere es dann mit dem Jet. Alter, übernommen. Deswegen noch die Maps, wo du noch starten musst. Da sieht man richtig, dass es teilweise noch die alten... Alter, was ist denn jetzt hier? Ach genau, ich starte doch mal. Das sind immer noch die alten... Ähm. ...Maps, die nur grafisch ein bisschen aufgearbeitet wurden. Ja. Fuck. Ich habe gedacht, ich kann wenigstens den... ...den Panzer jetzt im Absturz mit erwischen, aber ich bin zu weit hinaus. Anscheinend ist genau westlich deiner Position ein feindliches Fahrzeug. Wo schießt der denn? Oha, leck mich doch. Ich habe ihn aus dem Augenblick jetzt noch gesehen, aber... Der geht ab jetzt selbst, ne? Alter, Mann! Ich bin in dem Panzer definitiv besser. Aber ich komme zu dir. Solltest du dir echt überlegen? Auf dem Dach sitzt einer. Ja, ich habe aber vorher noch ein bisschen den Panzer beschädigt. Ja, der Typ hat von, äh, drei Leute, also mich und zwei andere rumgemacht. So, ich bin wieder in dem Panzer. Das ist zu schlecht. Nein, schlecht. Schlecht. Jetzt ist der andere drin, ne? Ich komme wieder zu dir. Wir haben eindeutig zu wenig Panzer hier. Was geht denn ab? Alter, wieso startest du nur nicht? Was ist das für ein Dreck? Mann, was braucht denn dieser scheiß Panzer? Oh, Mann! Muss ich doch auf RPG umsteigen. Du kriegst denn den Ding nicht mit, dass du abgeschossen wirst? Du hörst... Was hast du? Ja, ich bin im Jet geflogen. Und mich hat der Flakpanzer von unten angegriffen. Abgesehen davon, dass ich irgendwann mal mein System piepen höre und, äh, meine Hülle auf null runter ist, kriegst du nicht mit, dass du angeschossen wirst. Du hörst nix, spürst nix, nix. Wie sollst du denn drauf reagieren können, bitteschön? Mh. So. Wir haben echt zu wenig Panzer. Wir haben nur einen einzigen Panzer und der steht am Arsch der Welt, ey. Ich habe jetzt wieder eine andere Klasse. Ne. Oh, da kann man nicht durch. Einsatz Ziel Echo wurde gerade neutralisiert. Was ist denn das da eigentlich? Hier kommt einer von uns, äh, das ist ja alles von uns welche. Achtung, Einsatz Ziel Echo wurde erobert. Was soll Echo haben wir? Die muss ich jetzt einfach probieren. Oh, bleib halt einmal stehen, wenn Leute einsteigen sollen, ey. Mann. Sieh, dass Leute auf ein Zurennen und trotzdem gibt er Gas und ab die Post. Okay, er hat keinen Umfeldscan, aber er hat mich gesehen. Dann sagen wir mal, na gut. Ey, du hast einen Panzer? Ich sitze mit drin. Der war da gar nicht mehr am Panzer zu sehen. Alter, wenn du zu dem Panzer fährst, dann schieß auch mal bitte schön. Oh, Mann. Das ist so zum Kotzen, ne? Wenn du eine Waffe von unterwegs aufsammelst, ne? Also diese Sonderwaffen. Ja. Hast du keine anderen mehr? Ich kann nicht mehr die Waffen wechseln danach. Doch, kannst du. Ja, ich habe jetzt hier Scrollrad hoch und runter, da hat es nicht die Waffe gewechselt. Ich wollte jetzt aussteigen aus dem Panzer, Raketenwerfer nehmen. Moment, ein paar, konnte es vergessen. So, ich hätte ganz gerne einen Mann scheiden. Ich treffe den scheiß Panzer nicht, ich kriege eine Wurke. Der scheint jeden zu sehen, aber er ist nicht zu treffen. Was war denn das jetzt? Alter. Oh, Fick. Fall nicht weg. Ja, doch. Ich habe schon jetzt viermal den Panzer getroffen. So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Aber es ist echt assi, dass da hier der Panzer vier Raketen jetzt von hinten abgekriegt hat und nicht explodiert ist. Wie viel brauchen denn die, sag mal? Ich höre hier doch oben hin. Achso. Ah. Schon wieder der. So, jetzt gehe ich endlich mal wieder in den Panzer rein. Ich lag dort. Ja gut, ich weiß nicht, wie die durch die Wand schießen. Bist du tot? Mhm. Gut, ich habe Panzer, ne? Ja. Ich auch. Bin drin. Mhm. Aber was schießt du dann? Da habe ich noch ein paar Leute gesehen. Bleh. Aber die Map ist eigentlich ganz schön voll. Du, ähm. Ja? Ich will jetzt einmal ein bisschen außerhalb und fahre mal ein bisschen außen rum. Ja, habe ich mir gerade auch schon überlegt. Wollen wir mal ein bisschen versuchen mit dem Panzer so Snipern? Ja, das nicht. Also ich würde schon gerne auch was treffen wollen, aber... Ja, ich... Wir haben jetzt noch Raketen, also der RPG mit, ne? Mhm. Erstmal schauen, was hier überhaupt... Oh, was ist denn hier alles? Entschuldigung, hier ist ein bisschen... Kotz mir nicht in den Nacken. Boah. Boah. Ich fass hier den Turm voll. Alter, hier geht's jetzt runter. Ich weiß ja gerade nicht, wo wir jetzt eigentlich sind, hier. Bei der Panzersperre. Gut, das sind alles unsere. Einsatzziel Delta wurde erobert. Scheidest du an diesem Mast? Nein, nein, ich schaue. Ich schaue mich um. Gut, da vorne ist wieder zu. Wir fahren mal da lang. So, dort ist aber einer mindestens gestorben. Ach, nicht, 400 Meter entfernt. Da oben in Holenzügerad Vitor. Ob das? So, jetzt sind wir hier bei D. Vor uns müsste was sein. Ja, da war einer. Gut, die Bude ist leer. Warte mal, links von uns ist es aber beim nächsten Spawnpoint. Oder bei Richtung A müsste einer sein. Und, nee. Die haben es, glaube ich, auch gehört, oder? So, fahr' mal hier runter. Na, hoffentlich weißt du, was du tust. Du weißt, du hast ja keinen... Ja, wir wollten außenrum fahren und wir sind irgendwie mittendrin. Ist das was Neues? Ja, aber ich führ' ja... Warte mal. Ich seh' nur keinen Gegner hier hinten. Ne, ich auch grad nicht. Hubschrauber ist oben. Ja, aber das ist zu unruhig hier und so weiter weg, dass ich irgendwas effektiv machen könnte. So, ich beweg' mich jetzt nicht, ne? Ja, wir sind auch du, aber... Hier ist nix, ne? Nee. Aber hier grad grad noch Action bei D. Deswegen... So, ich fahr' mal... Da lang. Stopp! Killhilfe 15, immerhin. Gott. Muss noch ein bisschen schauen, weil ich... Ich fahr' mal da lang. Ne, da ist grad' hier einer von... Ne, ich will da... Da oben ist ein Flakpanzer. Ja. Wie gesagt, ich steige immer nach rechts aus. Wenn's ist. Oh, geradeaus. Geradeaus. Du, der lebt noch. Pass auf, vor dir. Der hat... Hat Zeug ran geklebt. Steck aus. Steck aus. Steck aus. Wow. Ist er tot? Ne, ich... Ich bin ja selber tot. Alter, wo kommt denn das jetzt alles her, hier? Aus jeder Seite wurde ich jetzt angeschossen. Boah. Aber der Panzer stand noch, der ist nicht hochgegangen. Ne, der hat dir zurück ran geklebt. Bist du ausgestiegen? Ja, aber ich bin trotzdem gestorben. Ich wurde von jeder Seite aus erschossen. Ja, ja, da waren uns ein ganzer Haufen von den Typen. So, ich geh' jetzt zum Nord-SWE. Mann, ich hätt' mir doch mal die Stinger holen sollen. Oder nehmen sollen. Oh, Mann. Ey. Du bist doch mal dieses... Dieser Kreis, wo doch mal rot wird, von wo aus du erschossen wirst, ne? Mhm. Also, ich hab'n roten Ring gehabt. Jetzt vernehme ich aber die Stinger. So, das waren zwei weniger. So. Jetzt nehm' ich, glaub' ich, mal nen, äh... Ach, einmal, wenn ich den Panzer nehmen will. Egal. Ich geh' damit rein. Bitte kann fliegen, ey. Was ist'n das? Ich komm' den Berg rauf und der trifft... Der hat auf mich gewartet. Oh, Mann, 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 Mann. Oh. Ja. Aufnahme beendet. Aufnahme beendet. Tschüss, tschüss.